Hallo, wir leben gerade in einem gesellschaftlichen Ausnahmezustand, in einer sehr ungewöhnlichen Situation. Und viele Menschen sorgen sich um ihre Gesundheit oder um die Gesundheit von Freunden oder von Familienmitgliedern. Viele sorgen sich auch um ihre Freiheit und um ihre Grundrechte. In dieser außergewöhnlichen Situation möchten wir vom Tageslichtteam Hilfe anbieten. Wenn du Fragen hast bezüglich der gesundheitlichen Situation, zum Beispiel, wie du dich davor schützen kannst, von einem Virus angesteckt zu werden. Oder wie du dich heilen kannst, wenn du von einem Virus schon angesteckt bist, mit yogischen Methoden. Oder wenn dich interessiert, was du tun kannst, wie du dazu beitragen kannst, dass die Gesellschaft in dieser Situation in eine gute Richtung geht. Wie du dazu beitragen kannst, Gerechtigkeit zu verteidigen, das Richtige in der Gesellschaft zu tun. Oder wenn du Fragen hast, wie das Ganze überhaupt einzuschätzen ist. Wie können wir in dieser Flut von Informationen überhaupt entscheiden, was das Risiko ist. Wie groß die Gefahr ist. Und wie angemessen die Maßnahmen sind. Wie notwendig die Maßnahmen sind. Wie gesagt, wir vom Tageslichtteam möchten hier Hilfe anbieten. Und wir werden in den nächsten Tagen, möglicherweise auch länger als das, diese Themen spezifisch besprechen und werden Lösungen anbieten. Wir werden praktische Tipps und Methoden anbieten, wie du dich persönlich schützen kannst. Und wir werden anbieten, Inspiration zu fühlen für dein persönliches Leben und für deinen Beitrag zur Gesellschaft. Und meine Frage an dich ist, hast du bestimmte Fragen, die du stellen möchtest? Können wir dir auf eine bestimmte Art und Weise helfen, bestimmte Fragen zu beantworten und dich vielleicht von Sorgen zu befreien, dich vielleicht von Frustration zu befreien und dich so zu fühlen, wie du dich wirklich fühlen möchtest? Das heißt gesund, glücklich und erfüllt. Ja, darum lade ich dich ein. Schreibe uns an kontakt-at-menschliche-welt.de Wenn du eine bestimmte Frage hast oder Anregungen, wie wir dir in dieser Situation zur Hilfe stehen können, oder wie du meinst, dass wir gesellschaftlich etwas Konkretes hier anbieten können, oder wenn du meinst, mit uns gemeinsam etwas zur Lösung dieser Krise zu tun. Das ist meine Einladung an dich. Schreib uns. Wir werden dann die Fragen, die am häufigsten gestellt werden, die werden wir dann beantworten und darauf eingehen. Ich danke dir.